Etwas gemütlicher aus, da ich euch auf einem Sessel sitzend begrüße. Guten Morgen Österreich, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen, wo auch immer ihr gerade mit tun, Sydney, Bahamas, Deutschland, Schweiz, Südtirol, Italien, wo auch immer. Aber viele schreiben mir auch, naja, der Sesseltag, der hat schon so seine Tücken. Und auch heute, da wir auf Sport Plus sind, haben wir 30 Minuten, auch da heißt es wieder Kräfte einteilen. Und vielleicht ganz kurz für alle Damen und Herren, die sagen, uh, 30 ist mir zu viel. Macht die Übungen, dass es so gut geht, macht einfach Pausen dazwischen, wenn es notwendig ist, okay. So, dann würde ich sagen, starten wir hinein mit der ersten Übung. Für alle Damen und Herren, die sagen, sie wollen nicht sitzen, alles gut. Ihr könnt die Übungen auch im Stehen ausführen, ja, aber für ein paar davon werden wir ein Sessel benötigen. Gut, fangen wir mal an. Wehnenpumpe aktivieren, das heißt, wir machen da unsere Finger, Daumen auf und zu. Ja, wenn es geht, setzen wir unser Lächeln auf und wie immer natürlich, lassen wir jetzt nicht so drinnen im Sessel und warten auf den Kaffee. Nein, wir machen uns groß, aufrecht, der Bauchnabel zieht nach innen. Sehr schön und genau, wir machen da auf und zu. Wie gesagt, Wehnenpumpe aktivieren. Sehr schön, sehr schön. Sonne scheint, aber es ist trügerisch. Ihr habt heute wieder gemerkt, bumm, es ist ziemlich frisch, ne, in den frühen Morgenstunden, aber es wird dann. Und ja, der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. Sehr schön, ja. Geht schon aufzumachen. Sehr gut. Optimale Übungen, gehen wir nach oben. Ja, was haben wir heute vor? Mobilisation natürlich wieder, wir kräftigen ein bisschen, ja. Das sowieso, also ein bisschen Action ist schon auch dabei. Und wie gesagt, wir haben heute um die 30, also es ist eine sehr, sehr intensive Woche. Ist aber auch gut, wieder ein bisschen Trainingsumfang erhöhen. Wir gehen zur Seite, ihr könnt es machen, wie ihr möchtet, nach vorne, nach oben, auf, zu, noch einmal zur Seite. Und da geht der Unterarm schon auf, das spüren wir, und jetzt schütteln wir mich ganz, ganz locker aus. So, ob wir sitzen oder stehen, wir legen unsere Handflächen praktisch auf die Oberschenkeln. Und jetzt machen wir folgendes, wir drehen da nach außen und gehen da in die volle Streckung. Ja, genau, sehr schön. Ellbogengelenk, Mobilisation. Das sind halt so Übungen, die man jederzeit im Büro, in der Schule, wo auch immer ihr heute mit dabei seid, ausführen kann. Macht es einmal eine Pause dazwischen, so jede Stunde, so fünf Minuten einmal vielleicht aufstehen, zwei, drei Dehnungsübungen, ja. Oder vielleicht die eine oder andere, die wir hier zum Beispiel machen. Und ihr werdet sehen, es tut euch gut. Nicht nur vom Körperlichen her, sondern auch vom Geißigen, denn mit ein bisschen einer Bewegung, vielleicht sogar vom offenen Fenster, frische Luft, wird da wieder gescheit durchgelüftet. Und wir sind wieder kreativer und leistungsfähiger und bringen auch wieder mehr weiter. Richtig, schön aufzumachen und da wirklich versuchen, voll in die Streckung zu gehen. Streckung, sehr schön. Und genau das machen wir da. Jawohl, Streckung. Atmung fließen lassen, Körperspannung, die ist da. Sehr schön. Und nach außen gehen, Streckung einmal vielleicht kurz halten, wieder retour kommen, andere Seite. Ja, das ist der sanfte Einstieg, aber keine Sorge, es wird noch ein bisschen intensiver. Sehr schön. Einmal nach rechts, einmal nach links. Okay, wir bleiben gleich bei unseren Armen, Händen. Und zwar, wir legen wieder unseren Ellbogen hier hinein auf die Handfläche. Und zwar Handgelenksmobilisation. Das heißt, wir neigen zunächst einmal die Handfläche nach vorne. Da haben wir das Schüssel. Dann drehen wir nach hinten. Dann klappt die Hand nach oben. Jetzt bilden wir eine Faust. Faust neigt sich nach vorne. Faust dreht sich zu uns. Faust geht nach oben. Finger öffnen sich. Und wir sind schon wieder bei der Ausgangsposition. Ich setze mal seitlich hin, damit man es besser sieht. Also nach vorne. Eins. Dann drehen wir nach hinten. Zwei. Klappen nach oben. Drei. Machen die Faust vier. Faust neigt nach vorne. Fünf. Faust dreht zu uns. Sechs. Faust geht nach oben. Sieben. Und wir öffnen und sind damit wieder bei der Ausgangsposition. Sehr schön. Und das machen wir jetzt. Genau. Mobilisation. Alle Schüler und Schülerinnen. Alle Damen und Herren, die viel mit der Maus arbeiten. Also nicht die Sendung mit der Maus, sondern mit der Computermaus. Die Sendung mit der Maus, das war nur Klassiker. Könnt ihr euch erinnern? Ja, nach oben. Zack. Wieder retour nach oben. Sehr schön. Genau. Man darf auch Zeit lassen. Und dann kann man das Ganze auch fließen lassen. Aber wie gesagt, alle Vorgänge ausführen. Also Handfläche nach vorne. Nach hinten. Nach oben. Faust. Faust dreht zu uns. Faust geht nach oben. Wir öffnen. Sehr schön. Und wieder nach oben. Sehr gut. Und wieder retour. Zack. Und einmal geht's noch. Machen wir auf. So, jetzt wechseln wir die Hand. Andere Seite. Auch da immer darauf achten, dass wir gescheit sitzen. Also aufrecht. Körperspannung. Nabel zieht nach hinten. So, wieder unsere Schüssel. Dann drehen wir nach hinten. Dann klappen wir nach oben. Wir machen unsere Faust. Wir neigen diese nach vorne. Die Faust dreht sich zu uns. Faust geht nach oben. Wir öffnen. Ja, sehr schön. Ja, links. Da ist links. Da gehörig um. Zack. Jawohl. Konzentriert euch. Faust nieder, retour. Zack. Machen wir auf. Ja, Handfläche vor. Retour. Handfläche zeigt nach vorne. Die Faust kommt. Faust neigt nach vorne. Dreht sich zu uns. Ja, genau. So ist gut. So ist richtig. Zack. Und wieder. Vorne. Ja, zack. Zack. Und wieder retour. Wieder nach oben. Ja, sehr schön. Wieder nach vorne. Sehr gut. Und nach oben. Sehr schön. Dann machen wir noch zweimal. Ja, wieder nach oben. Und einmal noch. Sehr gut. So, schütteln ganz kurz aus. Und jetzt machen wir das mal mit beiden Armen gleichzeitig. Ja. Also, Konzentration. Wir starten. Handflächen blicken zunächst zu uns. Und jetzt. Handflächen nach vorne. Handflächen drehen sich zurück. Geh nach oben. Mach eine Faust. Neigen nach vorne. Hand, Faust wieder retour. Geh nach oben. Zack. Und wieder retour. Sehr schön. Zack. Nach oben. Ja, sehr gut. Und wieder retour. Mit beiden gleichzeitig gar nicht einmal so einfach, gell? Ja. Konzentration ist angesagt. Ist gleichzeitig ein bisschen was Koordinatives. Sehr schön. Nach oben gehen. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Und. Ja, wieder retour nach oben. So. Und einmal geht's noch. Ja. Zack. Und wieder retour. Und nach oben. Und wir haben's. Gut. Nächste Übung auch ein Klassiker. Und zwar. Schauen Sie mal aufrecht sitzen. Streckt unsere Arme nach vorne. Handflächen stellen wir auf. Und jetzt. Kreisen wir da langsam nach hinten. Versuchen da anzuheben. Nach hinten zu kreisen. Das ist wieder der Klassiker für diese Übungen. Und zwar. Muskulatur unterm Schulterplatz. Dort wo auch die Therapeuten relativ schwer hineinkommen. Ja. Und um da Verspannungen vorzubeugen. Machen wir das. Ja. Dann einmal nach vorne zu gehen. Ja. Dann nach hinten. Kreisen. Genau. Und da kommt wieder dieses klassische Knacksen. Ja. Nach hinten. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal die andere Hand. Ja. Sehr gut. Genau. Und nach hinten. Sehr schön. Ja. Sieh mal wieder beide Arme. Und kreisen da nach hinten. Sehr schön. Nach hinten. Ja. Und wieder nach vorne. Wieder nach vorne. Ja. Sehr gut. Ja. Wenn es da knackst, das ist gut so. So soll es sein. Und wieder retour. Sehr schön. Weil jetzt einmal gleich dynamisch da noch. Okay. So. Ganz kurz einmal ausschütteln. Wir bleiben im Oberkörper bei unseren Armen. Und zwar. Wir baggern gemeinsam. Das heißt. Die Damen und Herren, die sitzen. Beine ein bisschen auseinander. Handflächen legen wir ineinander. Und jetzt ziehen wir da schön nach oben. Ja. Das ist eure Übung. So. Und wie die Damen und Herren, die sagen, sie stehen. Machen wir es so. Gehen wir leicht in den Knie dabei. Und ziehen auch da nach oben. Einsteiger-Variante. Ja. So. Einsteiger. Fortgeschrittene können folgendes machen. Da nach unten zu gehen. In die Knie. Ja. Und dann können wir noch in die Knie gehen und uns über die Fußball nach oben abdrücken. Dann wird es richtig dynamisch. Sehr schön. Und nach oben ziehen. Sehr gut. Und nach oben. Jawohl. Das ist eure Übung. Sehr gut. Und nach oben. Sehr schön. Komm wieder zu euch. Und wie gesagt, im Sitzen. Einfach normal nach oben ziehen. Oder auch im Stehen. Die Damen und Herren. Die Einsteiger. Und dann nochmal versuchen, da ein bisschen in die Knie zu gehen. Lächeln aufsetzen, wenn es geht. Und dann nochmal die Möglichkeit, uns hier über die Fußballen nach oben abzudrücken. Lassen die Atmung fließen. Sehr schön. Bringen den Körper zu richtigem Schwung durch diese Bewegung. Jetzt gleich ein bisschen wärmer. Das ist gut so nach oben. Jawohl. Das spüren wir schon, gell? Sehr gut. Und vier, drei, zwei und eins. So, ganz kurz ausschütteln. Nächste Geschichte. Bridgen. Das heißt, wir haben da unser Dreieck. Und jetzt drücken wir nach oben weg. Sitzend. Ich stelle es mir kurz einmal hin. Auch da wieder darauf achten, Körperspannung. Sitzend. Sehr schön. Oder wieder die stehende Variante. Ebenfalls gleich wie zuvor. Gehen leicht in die Knie. Drücken uns ab. Oder gehen in die Knie. Und dann natürlich auch hier das Abdrücken über die Fußballen nach oben. Sehr schön. Und da gehen wir schon. Jawohl. Nach oben. Sehr gut. Und wenn wir es so ausfüllen, wie jetzt in der Profi-Variante, werden wir merken, das geht schon ganz gut reinig, gell? Jawohl. Sehr schön. Und gehen wir. Komm. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Kurz durchatmen. Ja, Kreislauf in Schwung. Gut so. Und jetzt versuchen wir eine Kombination aus beiden. Setzen wir wieder kurz hin. Das heißt, wir beginnen hier. Eins. Zwei. Also. Bagger. Britchen. Und das Gleiche natürlich wieder im Stehen. Baggern. Britchen. Und auch da wieder vielleicht ein bisschen in die Knie gehen. Oder halt die Profi-Variante zu machen, indem wir jetzt richtig schön abdrücken über die Fußballen. Ihr entscheidet. Zack. Aber wie gesagt, da im Wechsel. Und wenn man da das Tempo zum Beispiel erhöht. Ja. Sehr schön. Aber wie gesagt, jeder so gut er kann. Oben. Weg. Sehr schön. Sehr gut. Jawohl. Ausgezeichnet. Oben ziehen. Oder dann halt eh die Profi-Variante. Und auch da kann man zum Beispiel noch ein bisschen schneller werden. Und dann fünf, vier, drei, zwei und eins. Sehr schön. Gut. Setzen wir uns hin. Trinken wir vielleicht ein Schluckl. Ich bin heute da relativ trocken. Ja. Schluckl trinken. Und jetzt machen wir folgendes. Ich drehe mich mal seitlich hin. Bankdrücken. Ja. Also zunächst einmal schauen wir, dass wir da ungefähr 90 Grad sind. Dann. Gehen wir den Oberkörper leicht nach hinten. Wer sich anlehnt, ist okay. Aber versucht, das Anlehnen so gut wie möglich zu vermeiden. Ja. Und jetzt schieben wir praktisch da nach vorne. Und steuern. Beim Nachvordrücken steuern wir auch die Brustmuskulatur an. Jawohl. Sehr schön. Genau. Brustmuskulatur ansteuern. Sehr gut. Mit der Ausatmen gehen wir nach oben. Nach vorne. Und dann können wir natürlich hier bei der Profivariante. Genau. Die Beine nach oben geben. Sehr schön. Aber wie gesagt, Brustmuskulatur ansteuern. Genau. Da. Ja. Sehr schön. Oder einfach die Beine nach unten. Genau. Richtig schön anspannen. Ja. Sehr gut. Sehr. Der Bauch kommt heute dran bei uns. Also kann man auch sich hinten etwas anlehnen. Aber Sinn und Zweck ist es nicht. Also wie gesagt, dort wo es geht, versuchen ohne Lehne. Und da haben wir noch entweder gestreckte Beine oder abgewickelt. Fünf, vier, drei, zwei und eins. So. Wir bleiben beim Bauch. Und zwar gerader Bauch. Folgendes. Wir achten darauf, dass wir jetzt nicht mit dem Kinn Richtung Brust ziehen, also Brustbein ziehen, sondern dass wir da ungefähr wieder einen Tennisball drunter kriegen. Ja. So. Jetzt haben wir da. Den Tennisball drunter. Und jetzt versuchen wir folgendes. Ich komme zu euch wieder. Zack. Gehen wir da zusammen. Genau. Sehr schön. Jawohl. Keter natürlich auch stehen. Ja. Mit der Ausatmung. Setzen wir mal seitlich hin. Ja. Und wieder. Ja, sehr gut. Unser Bauch. Und wie gesagt, darauf achten, dass wir nicht da so, sondern wirklich zack. Da spielen wir schön. Gerader Bauch. Sehr gut. Komm wieder zu euch. Und wir bleiben da noch gleich beim Bauch. Jawohl. Gehen wir. Komm. Kraft aus der Mitte. Bauchmuskulatur. Die brauchen wir. Jawohl. Mit der Ausatmung. Sehr schön. Und gehen wir. Komm. Ja, da werden Sie rauskommen. Dann machen wir die Sixpacks. Ja. Und da haben wir noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. So, kurz durchatmen. Nächster Schritt. Ebenfalls eine Bauchübung. Und zwar. Wir legen unsere Handfläche da vorne, Oberschenkel, Knie hin. So. Richten wir uns auf. Und jetzt drücken wir da dagegen. Ja. Dagegen drücken. Und spannen auch da wieder im Bauchbereich natürlich an. Also ansteuern. Und arbeiten da dagegen. Sehr schön. Jawohl. Atmung fließen lassen. Vier. Drei. Zwo. Eins. Wechseln. Und wieder. Schön ansteigen. Okay. Jawohl. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Okay. So. Und jetzt da. Wechseln wir noch einmal. Okay. Noch einmal. Und wieder dagegen drücken. Sehr schön. Nächeln aufsetzen, wenn es geht. Atmung fließen lassen. Sehr schön. Und da haben wir noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Kurzes Päuschen. Durchatmen. Und jetzt. Andere Seiten wieder. Bereit. Und hin und her. Geht schon. Bleib mal schon dran. Sehr schön. Atmung fließt. Super. So gut es geht. Wie gesagt, wenn ihr eine Pause dazwischen benötigt, dann macht es die. Alles in Ordnung. Kurz absetzen. Wieder einsteigen. Körperspannung, die ist da. Okay. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Gut. Kommen wir zum Oberkörper. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Liegestütz. Also die Damen und Herren, die die sitzen. Alle anderen machen noch ein kleines Päuschen. Stützen sich hier ab. Und drücken sich da praktisch wieder schön nach oben. Das heißt, das können wir da ruhig im Sitzen machen. Drehen wir mal seitlich hin. Wirklich da versuchen. Nicht so, sondern wirklich die Kraft kommt. Trizeps sehen wir. Drücken wir schön nach oben. Dann haben wir noch eine Variante. Dass wir hingehen zu einer Wand zum Beispiel. Uns hinstellen. Wand hinstellen. Ich deute das jetzt ein bisschen an. Und da mal versuchen. Nächster Schritt wäre, einen Sessel zum Beispiel zu nehmen, der halt stabil ist. Ich hoffe, der passt. Den haben wir vorhin nicht ausprobiert. Und wir drücken uns da weg. Dann können wir immer weiter nach unten gehen. Sprich, wir haben dann eine weitere Einsteiger-Variante. Das heißt, wir gehen da her. Knien uns da hin. Achten darauf, dass die Hände unter den Schultern sind. Und gehen dann nach unten. Ja. So. Das eine Variante. Okay. Und jetzt da halt die Profi-Variante. Und da machen wir jetzt zehn gemeinsam. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sehr schön. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und eins. Sehr schön. Richten uns auf. Kommen nach oben. Schütteln wir ganz kurz aus. Atmen durch. Setzen uns wieder hin. Oder bleiben auch stehen. Nehmen einen Schluckerl. Und zwar machen wir jetzt Mobilisation. Kniegelenk. Das heißt, wir greifen da unten hin. Das machen wir mal. Kann man stehend auch machen. Einmal zum Durchatmen. Und lassen dann nur einmal. Genau. Das ganz locker pendeln. Da schaut's her. Genau. Kniegelenks-Mobilisation. Das sind ja diese ganz, ganz einfachen Übungen. Die kann man halt auch. Ja. Die kann man immer auch noch im Büro zwischendurch. Achten wir aber drauf, dass wir aufrecht sitzen. Sehr schön. Ja. Und ganz, ganz locker pendeln. Einfach nur. Atmung fließen lassen. Genau. Energie spüren. Das tut gut. Sehr schön. Nächster Schritt. Anderes Bein. Auch da ganz, ganz locker. Genau. Einfach einmal pendeln. Ja. Sehr gut. Ganz entspannt pendeln wir dahin. Jetzt war eh ein bisschen was Anstrengendes. Jetzt sind wir wieder bei der Mobilisation. Dann gehen wir über auf unsere Beine, sprich Oberschenkel. Die brauchen wir heute auch, die Kraft. Ja. Immer wieder. Haben wir schon besprochen. So. Und wenn wir das haben, greifen wir wieder unter den anderen. Und jetzt probieren wir das Ganze seitlich machen. Da zu pendeln. Das Schöne ist halt bei Sport Plus, dass wir 30 Minuten haben. Das heißt, wir können das in aller Ruhe machen. Haben da keinen Druck, kann man sagen. Wir haben natürlich auch mehr Übungen. Insgesamt, glaube ich, haben wir immer so um die 15. Bei der Halbmestunde. Also eigentlich fünf Übungen fast mehr als sonst. Ein Wechselmeißbein wieder. Sehr schön. Und auch da pendeln lassen. Sehr gut. Ganz locker. Jetzt geben wir den Äckl wieder Gas. Ja. Sehr schön. Jetzt wird es Zeit für unsere Beine. Und zwar schauen wir, dass wir die nach vorne strecken. Und beginnen jetzt hier die Beine auf und ab zu bewegen. Sehr schön. Körperspannung, die ist da. Die haben wir immer. Wir versuchen unser Lächeln aufzusetzen. Und wie gesagt, denkt daran, in diesen 30 Minuten, das sind die Eurigen. Die gehören nur euch ganz alleine. Niemand anderen. Das ist nur für euch, damit ihr euch danach besser fühlt. Damit es euch besser geht. Psychisch, körperlich. Ihr macht es für eure Fitness. Euer Wohlbefinden. Und wie gesagt. Jawohl. Sehr schön. Wir pendeln vorne. Auf, ab. Sehr gut. Sehr schön. So, jetzt wechseln wir. Gehen wir über. Und zwar. Überkreuzen wir da. Ja, heute. Da drücken wir noch ein bisschen drauf. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ah, super. Meine Damen und Herren. Wir haben noch so knapp 8 Minuten. Wir haben noch, glaube ich, 7 Minuten 30. Aber zu lang machen wir die Übung jetzt nicht, natürlich. Aber wir bleiben dran. Sehr schön. 4, 3, 2, 1. Schütteln ganz kurz aus. Und weil es so schön war, machen wir es jetzt noch einmal. Okay, also. Gehen wir. Komm, 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 komm. Einmal geht es noch. Jawohl. Nach vorne wieder. Und auf und ab. Sehr schön. Super. Herrlich. Atmung fließen lassen. Sehr schön. Und jetzt da. Wieder überkreuzen. Super. Und geht es schon. Komm, wir bleiben dran. Jawohl. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ja. Da kommen schon die Schweißperlen. 5, 4, 3, 2, und wir haben es. Ganz kurz ausschütteln. Jetzt machen wir wieder ein bisschen was für die Dehnung, beziehungsweise Knie, Boden. Und dann gehen wir noch rüber zu den Oberschenkeln. Und zwar der heiße Stuhl. Und zwar eher Klassiker. Das heißt, wir gehen jetzt nach unten mit unseren Handflächen. Oder so gut es geht. So. Versucht einmal. Geht es bis daher? Geht es so oder geht es weiter? Kommen nach oben. Und wieder daher. Knie, Knie, Boden nennt sich diese Übung. Sehr schön. Setzen wir eine Seite hin. Vielleicht sieht man es dann auch schon besser. Geht er nach unten. Jawohl. Super macht ihr das. Ja, sehr schön. Die Oberschenkeln einmal haben wir noch. Und zwar kommen wir auch wieder nach vorne. Kniebeugentechnik machen wir dann wieder. Ist klar. Der heiße Stuhl. Sehr schön. Runten gehen. Und da haben wir noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Sehr schön. So. Heißer Stuhl. Das heißt. Drehen wir jetzt einmal seitlich hin. Ihr schaut. Also ungefähr so. Schulterbreit seid. Fußspitzen zeigen nach vorne. So. Kann man nehmen als Techniktraining. Sagt der Schmali. Immer für die Kniebeuge. Immer Arme nach vorne. Und jetzt stehen wir auf. Drücken uns nach oben weg. Für die Damen und Herren. Die sich noch nicht so sicher fühlen. Setzt euch kurz hin. Aber dann wieder versuchen aufzustellen. Man sieht ja oftmals. Ältere Leute, die sich da so abstützen. Und irgendwie. Sinn und Zweck ist es, dass wir da nach oben kommen. Jawohl. Wichtig ist, aus den Oberschenkeln raus. Sprich, übers Gesäß nach oben zu gehen. Das ist unsere Übung. Sehr schön. Und die Profis berühren praktisch da. Die Sessel nur ganz kurz. Gehen nach oben. Sehr schön. Und wieder nach oben gehen. Sehr gut. Jawohl. Das ist gut. So soll es sein. Jawohl. Und wenn wir Pause dazwischen benötigen, machen wir die ganz einfach. Ja, machen wir. Und nach oben. Jawohl. Sehr schön. Gehen nach oben gehen. Ja. Sehr gut. Und dann machen wir, was das Schöne ist. Machen wir noch. Zehn. Ja. Geht's? Okay. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Gehen wir, komm. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und eins. Wir gehen nach unten. Super. Ja. Kurzer Schnuckel nehmen. Durchatmen. Und jetzt geht's schon hinein in die entspannte Phase. Genau. Den anstrengenden Teil haben wir hinter uns. Und jetzt setzen wir's einmal aufrecht hin. Ja. Körperspannung, die ist da. Und jetzt versuchen wir einfach nur, wenn wir uns jetzt richtig Zeit zu dehnen. Wir blicken einmal in die eine Richtung. Lass die Atmung fließen. Atmet's in den Bauch hinein. Ja, sehr schön. Wieder ausatmen. Wir geben dem Muskel die Zeit für die Länge. Man kann auch die Augen dabei schließen. Konzentriert euch. Sehr schön. Wir kommen zur Mitte. Jetzt zur anderen Seite. Ja, den ein ganz wichtiger Faktor. Denn bekanntlicherweise verkürzen wir mit zunehmendem Alter immer mehr. Und auch dem sollten wir entgegenwirken. Fließen lassen. Sehr schön. Wir kommen zur Mitte. Jetzt neigen wir den Kopf zur Seite. Wir schauen, dass beide Schultern nach unten ziehen. Sehr schön. Ja, unten ziehen beide Schultern. Spüren wir da richtig schön. Herrlich, wenn man aber die Zeit dafür hat, gell? Atmung, Bauch hinein. Ja, und ausatmen. Wir kommen zur Mitte. Neigen den Kopf zur anderen Seite. Sehr schön. Das tut gut, gell? Wenn man die Augen dabei schließt. Jetzt wollen wir noch einmal folgendes. Wir gehen jetzt ganz langsam mit der Ausatmung nach unten. Mit der Ausatmung nach unten. Versuchen jetzt einmal das Kinn Richtung Brust zu ziehen. Und eben unsere Fersen anzuheben. Und mit der Einatmung noch einmal nach oben. Und weil es die Frau Dr. Zahner-Tugel immer so sagt, alles ausatmen. Damit es da drinnen so richtig schön zieht. Ja, das war es für heute. Danke fürs Mitmachen. Ich freue mich schon auf morgen wieder. Zur gleichen Zeit in dieser Woche um 9 Uhr auf ORF Sport+. Wenn es die Möglichkeit habt, geht es ein bisschen aus in die frische Luft. Genießt es. Sucht es einmal eine. Die Vogel zwitschern. Die Natur ist ein Wahnsinn. Und wie immer natürlich trinken, trinken, trinken. Weil die Zelle, die muss schwimmen. Die Natur ist ein Wahnsinn.